Die Mystik des Alltags. Was meine ich mit dieser Mystik des Alltags? Wenn du jetzt gerade in diesem Moment lauscht, dann hörst du etwas außer meiner Stimme. Ja, ein wichtiges Thema, die Mystik des Alltags. Mystik, ein Begriff, der viele Menschen fasziniert. Wenn ich ein Zitat bringe am Anfang oder Zitate bringe zu Beginn dieses Audios, Mystik ist eine persönliche, erfahrbare Verbindung mit der Gottheit, also mit dem Göttlichen im weitesten Sinn, ohne dass wir versuchen, verkrampft das Göttliche zu beschreiben oder eben tatsächlich zu definieren, weil es natürlich nicht definierbar ist. Geheimnisvoll. Das griechische Wort für Mystik ist das Geheimnisvolle. Bezeichnet Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit, sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. Das wäre ein Zitat aus der Wikipedia. Oder spirituelle Erlebnisse und Aussagen, die als solche wissenschaftlich nicht objektivierbar sind. Auch ein Zitat aus der Wikipedia. Also im weitesten Sinne etwas Transzendentales. Dieser Begriff ist ja auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Jenseits der Erfahrung des Gegenständlichen liegendes die Transzendenz Gottes oder des Göttlichen. Oder in der Philosophie das Überschreiten der Grenzen von Erfahrung und Bewusstsein des Diesseits. Also des Typischen, der typischen Welt, in der wir uns aufhalten und die wir versuchen immer wieder zu objektivieren. Und damit eben als wahr zu erfahren. Das hat mit Wahrheit und Wahrheitsfindung zu tun. Mystische Erfahrung bringt uns als Individuum schnell zu einer weitergehenden Verbindung. So dass wir das Gefühl des begrenzenden, rein Persönlichen überwinden. Die meisten Menschen suchen Mystik in etwas fundamental Religiösen. In Exerzitien, komplexen Unterweisungen, Einweihungen, Mitgliedschaften, Orden. Durch sogenannte Meister, Eingeweihte, Verbriefe, den mehr oder minder komplexen theologischen Zusammenhängen. Klerikalität hat Mystik häufig verfolgt und als abwegig im Vergleich zu ihren Kodizi bezeichnet. Mystiker stellen konventionelle Klerikalität in Frage und hielten sich oft durch Verfolgung des Klerikalen am Rande der Gesellschaften oder im Untergrund auf. Was meine ich aber mit der Mystik des Alltags? Mystische Erlebnisse kann jeder Mensch haben und durch ihre Gewahrwerdung und Erfahrung verändern sich Einstellungen zur bisher konditionierten Lebenswelt. Mystische Erlebnisse sind fundamentale Erlebnisse, die bis dato erlebte Lebensinhalte und Überzeugungen, weit über Konditionierungen hinaus erschüttern, um zum Teil natürlich in Frage stellen können. Grenzerfahrungen Ereignisse von überwältigender Erfahrung wie Geburt und Tod, Naturkatastrophen, Kriege, aber auch Verliebtheitserfahrung, das ist natürlich das Gängige, das jeder Mensch kennt, Ekstasen durch monotone Haltungen wie Tanzen, Singen, Rhythmen, aber auch Wirkungen durch Extremsport, hohe Geschwindigkeiten, Fallerlebnisse oder krisenartige Krankheiten und so vieles mehr. Also die Mystik der Corona-Zeit ist auch sehr interessant. Aber diese aufgeführten Beispiele sind noch lange keine Beispiele für eine Mystik des Alltags oder nicht unbedingt Beispiele für Mystik des Alltags. Das scheint ja noch profaner zu sein, also noch einfacher zu sein. Dass ich will es jetzt wissen und fordere es heraus, ist immer wieder äußerst problematisch. Wenn ich nichts esse zum Beispiel und trinke, kann daraus etwas Zerstörerisches und Destruktives folgen. Allerdings auch etwas Mystisches. Ich würde behaupten, wir suchen meist unbewusst diese Erfahrung, um uns umfassender und tiefer in diesen Zusammenhängen zu erfahren. Es reicht nicht, ein standardisiertes, ein konventionelles, ein tradiertes, an Klischeen orientiertes Leben zu erfahren. Wir haben die Sehnsucht nach dem Weiteren. Sicherheiten sind nur eine Möglichkeit neben viel weiteren Möglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Dimensionen unseres Seins. Also geben wir plötzlich auf unserem Motorrad Gas, gehen in hereinbrechender Dunkelheit ohne weitere Hilfsmittel auf einen Berg, riskieren mit unserer Partnerin einen Riesenkrach, den wir leicht hätten vermeiden können, verlaufen uns im Schnee, trinken bewusst zu wenig Wasser und erleiden gerne die Folgen des Durstes, flirten einmal zu viel, sodass eine Affäre daraus entsteht. Alles Erfahrungen, die durchaus zu alltagsmystischen Ergebnissen führen können. Letztendlich alles inszenierte Wunder innerhalb unserer Existenz. Oder du bleibst in einer beobachtenden Erfahrung, schaust zum Beispiel das Grün der Blätter im Frühling an und bist davon so überwältigt, fast wie berauscht. Apropos Rausch. Wegen dieser mystischen Sehnsucht haben sich Menschen auch schon immer mit unzähligen Stoffen berauscht. Alltagsmystik versucht von der Oberfläche in die Tiefe und Weite zu gelangen. Weg vom Getakteten. Weg von der vorgegebenen Konvention. Weg von kulturellen oder üblichen kulturellen Strukturen. Deswegen natürlich dann auch die Logik der Verfolgung innerhalb klerikaler oder kirchlicher Strukturen oder staatlicher Strukturen. Was passiert, wenn ich länger verharre, aushalte, zulasse, weitermache, mich intensiver konzentriere, Begegnungen so laufen lasse, als seien sie von vorgegebenen Bedingungen nicht mehr abhängig, noch schneller laufe, noch langsamer laufe, Dem Gestank folge, über die übliche Aversion hinaus, bis er zu etwas anderem geworden ist. Einfach nur sitze und sitze. Und wir könnten viele weitere Beispiele aufführen. Und das ist ja auch deine Aufgabe dann im Anschluss an diesen Artikel. Also letztendlich die üblichen Sequenzen des Sich-Einlassens überschreite und abwarte, was dann geschieht. Verlassen des Gewöhnlichen. Probieren, entdecken, erfinden, kreativ gestalten, bezweifeln, widersprechen. All das. Und natürlich immer wieder lieben, um das nicht zu vergessen, denn alles ist in diesem mystischen Sinne aus Liebe gemacht natürlich. Aber wie gesagt, diese aufgeführten Beispiele sind mir wichtiger, zunächst mal. Also weiter als gewöhnlich zu gehen, ohne natürlich die ethisch-menschliche Art zu verlassen. Das ist sicherlich dann eine Grenze, die wir zu beachten haben. Das ist sicherlich dann eine Grenze, die wir zu beachten haben.